Diamond Knisterdrachen Hier ist das Diamond Warenzeichen noch das ältere mit den Diamanten drin, also das alte Warenzeichen. Hat ein Bruttogewicht von ca. 55 Gramm. 5 Stück sind da drin und die Zinnen machen wir jetzt. Nehmen wir erstmal einen Helden. Ich guck mal ob der Effekt sich darauf aufhört. Schöne lange Brände auch für Klasse 1. Und der Effekt ist auch nicht schlecht und das sogar im Helden. Dann machen wir den nächsten. Die sind eigentlich sehr schön. Am nächsten. Aber es entwickelt auch sehr viel Rauch. Die Brenndauer und der Effekt ist echt sehr schön. Dann kommt jetzt der letzte. Und das war's dann jetzt. Alles klar. Das war's dann. 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 Das war's dann.